So, und unten ist dann halt, äh, nicht, nicht, sechs, nicht, und, äh, zwei. Irgendwie so. Ja, muss ja gehen. Muss ja irgendwie hinhauen. Naja, auf jeden Fall, äh, klar. Geh ich einfach mal runter, mach das scheiß Ding an jetzt. Fertig ist, Jules, aus, fertig, aus, basta. Wenn der zu hoch ist, dann versuche ich es nochmal irgendwie. Auf jeden Fall muss ich den hier schaffen. Äh, 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 äh. Hab ich schon, genau. Mal dran ziehen an dem Scheißteil. Ist die funktioniert? Ja, ist ja gut, okay. Muss ich da nochmal hochgehen? Okay. Erklappt das schon irgendwie. Hab ich 60 FPS? Ne, ich hab doch 30 eingestellt, oder? Hm. Werde ich ja dann sehen. Also machen wir mal unten. Zuerst. Äh, wir machen am besten erstmal alles nach unten. Halt ich ja für am besten. So, nein, nein. Zack, zack. Okay, so. Drei. Drei. Zwei. Genau. Richtig jetzt mal hoch. Und mach dort, äh, äh. Ähm. Was? Moment. Ach, da unten, ja, genau. Sechs. Und zwei. So. Äh. Äh, nein. So, müsst ihr hin und... Ja. Ja. Irgendwie so. Hahaha. Sieht schon mal ganz gut aus. Ja. Oder auch nicht. Ist ja immer noch so viel Dampfdruck. Der ist immer noch zu hoch, oder? Was ist zur Hölle, Alter? Wollt ihr mich verarschen? Moment. Die sind doch alle in der Mitte. Habe ich mich jetzt da verzählt, oder so? La, 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 la. Sechs. Acht. Sechs. Acht. Bitte. Nicht. Ist doch richtig. Eins, zwei, drei, vier, vier, sechs, sieben, acht. Sechs. Und acht. Warum hängt der nach oben? Ah, okay. Super. Das hätte man mir auch sagen müssen. Dass ich dann auch mal ein Ding benutzen muss. Moment mal hier. Ausmachen. Ja, ich bin doch gleich der Dunkelmann. Willst du mich verarschen? Vor allem gleichmäßig und stabil. Das guckt genauso viel Dampf raus wie vorher, ey. Warte, Kack. Warte, Shit, Alter. Ja. Ja. Auf geht das, Alter. Was denn? Was ist das denn? Weiter, weiter, weiter. Los. Rennen, rennen, rennen. Hab keine Angst vor Schleimbatzen. Ding, ding, ding. Tun die doch nichts. Buh. Au. Und, uh, ah, hintere Halle. Er atmet sich schwer und versuchte nicht zu schreien. Bla, bla, der Medizinschrank. Bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 Mr. Freeman. Jetzt mach eine. Los. Ja. Mach doch mal eine. Und auf. Was? Hoppala. Okay, 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 okay. Äh, auf geht's, ab geht's, drei Tage wach. Endlich weiter unten. Er durchspletterte das Buch der Monarchen. Er sucht nach Radierungen, er zählte. Neun verschiedene Könige aus ganz Europa wurden mit einer Kugel in der Hand gestarrt. Lalalala. Warum ist das so ein lauter Spiel, Alter? Woh, was da rumzuschreien? Du Arschloch. Woh, woh, woh. Ey, erhalte, erhalten. Woh, ich kann nicht anhalten. Natürlich ganz da unten. In die Hölle fahren wir jetzt. Ja. Wuh. Ja. Sag's doch, wir fahren in die Hölle. Es geht ab, Alter. Boah. Was, 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 was? Nein, 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 nein. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Die dunkle Türme Brennenburgs stragten über die Baumwipfel hinaus und ihre Umrisse zeichneten sich im Schnee-weißen Mondlicht ab. Aus irgendeinem Grund war es traurig. Boah. Alter Schwede, alter Schwede. Holla, die Waldfee. Alter, 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 alter. Steh auf, Junge. Gut, also ich glaube, der ist kaputt. Was für eine... Ah. Ah. Nein. Trödele nicht. Trödele. Ich verwandele mich gleich, ja. Okay, ich schaue mich mal um hier. Nichts. Das sieht nicht so aus, dass es uns so lange geht, oder? Doch, Moment, ich kann ja... Oh, ich bin ja Mike, die Power Ranger hier. Oh, ich schiebe riesengroße Bretter von mich hin. Ah. Zerstörung fremden Eigentums. Ah, komm schon. Dann ziehen wir die einmal über den Boden. Oh. Schön schwer sind die Teile. Noch ein paar Steinchen zu vergräumen. Okay. Ey, das ist doch jetzt nicht deren Ernst, oder? Diejenige Person, die dieses Spiel entwickelt hat, sollte man einmal... Ey, das ist so dunkel, verdammt. Man sieht nichts. Käfer, Boki, hey. Fliegenklatsche, drauf treten. Ah, Boki zerstören Platz. Was? Da ist nichts drin. Geisteszustand? Ich hab ja hier noch Laudan und so im Gardium Liviosa. Wo muss ich denn lang jetzt? Da lang? Da kam der Kumpel her. Und da lang ist... Ich geh jetzt noch da lang. Okay, Licht. Ich hab kaum noch diese Scheißteile. Da Licht. Käfers. Ah, ein Hammer. Auf zu Höllen, Alter. Sonst komm, ich bin stuhl und schmeiß den nach dir. Alter Schwede. Och Mann, ey. Was ist denn das für ein Scheißspiel, Mann? Der kranke Wichser denkt sich ja so eine Kacke aus, ey. Was? 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 Was soll das? Boah! 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 Es dreht sich alles. Mein geistiger Zustand ist jetzt bedenklich schlecht. Danke, liebes Spiel. Dass du mich auch noch drauf hinweist. Dass ich vorm Abscheißen bin. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Oh, fuck, 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 fuck. Ja, ja, ja. Geistiger Zustand. Geistiger Zustand. Körperlicher ist alles in Ordnung. Aber das. Gibt es nicht irgendwie sowas, was den geistigen Zustand aufbessern kann? Geistiger Zustand. Gibt es hier? Ja. 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 Vielen Dank.